Hallo und herzlich Willkommen bei Deutsch lernen mit Heidi. In diesem Video geht es um die verschiedenen Bedeutungen des Verbs Laufen. Viel Spaß mit dem Video. Laufen ist ein unregelmäßiges Verb mit Vokalwechsel. Das bedeutet, im Präsent Singular bekommt es in der zweiten und dritten Person einen Umlaut. Also, wir sagen, ich laufe, du läufst, er, sie, es läuft. Im Präteritum lief und perfekt wird meistens mit ist gebildet, ist gelaufen. Bedeutung 1. Laufen ist ein Synonym für Rennen oder Joggen. So können wir zum Beispiel sagen, er läuft jeden zweiten Tag 5 Kilometer. Ich möchte gerne mal einen Marathon laufen. Im Fitnessstudio laufe ich zum Aufwärmen 15 Minuten auf dem Laufband. Laufen kann auch gehen bedeuten. Oft im Kontrast zu nicht fahren, also zu Fuß gehen. Zum Beispiel Sie brauchen kein Taxi zum Bahnhof zu nehmen. Es ist nicht weit. Sie können laufen. Er läuft jeden Tag zur Schule. Unser Kind hat schon sehr früh laufen gelernt. Wir benutzen Laufen auch, wenn wir in unseren Füßen ein Sportgerät haben, um uns fortzubewegen. Zum Beispiel Skier, Schlittschuhe, Rollschuhe, Inlineskates und so weiter. Bei diesen Nomen ist auch Fahren möglich. Beispiele mit Laufen Läufst du gern Ski? Hast du Lust, in der Eishalle Schlittschuhe zu laufen? Laufen benutzen wir auch bei Geräten und Maschinen, wenn sie eingeschaltet sind oder wenn sie funktionieren oder wieder funktionieren. Zum Beispiel Seit der Reparatur läuft die Heizung wieder einwandfrei. Läuft die Waschmaschine noch oder ist sie fertig? Bei ihr läuft der Fernseher den ganzen Tag. 5. Laufen benutzen wir auch, wenn eine Sendung oder ein Film und so weiter irgendwo oder irgendwann gesendet wird oder gezeigt wird. Zum Beispiel Läuft der Film im Zentralkino? Wann läuft der Film? Die Serie läuft nicht auf Netflix, sondern auf Disney+. Das Fußballspiel läuft im Free-TV. Wir benutzen Laufen auch, wenn etwas noch nicht zu Ende ist, wie eine Frist, ein Projekt, eine Verhandlung, ein Prozess und so weiter. Zum Beispiel Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres. Die Bewerbungsfrist läuft noch. Wir kennen das Urteil noch nicht, da die Verhandlung noch läuft. Siebtens Wir benutzen Laufen auch für eine Flüssigkeit, wenn sie irgendwo hinfließt. Zum Beispiel Er lässt Wasser zum Abspülen ins Waschbecken laufen. Aus dem Motor läuft Öl. Dem Kind liefen die Tränen übers Gesicht. Etwas läuft irgendwie. Das bedeutet Etwas entwickelt sich oder geschieht auf eine bestimmte Art. Beispiele dafür sind Die Geschäfte laufen sehr gut. Es wird also viel verkauft oder es gibt viele Aufträge. Oder Die Verhandlungen laufen gut. Na, wie läuft's? Ein Synonym für Wie geht es dir? Als Antwort kann man geben Es läuft. Etwas läuft mit einer Zeitangabe bedeutet Etwas ist für diese Zeit gültig. Zum Beispiel Zum Beispiel Mein Handyvertrag läuft noch bis April. Der Mietvertrag läuft ein Jahr. Wie lange läuft der Vertrag? Zehntens Etwas läuft auf den Namen von jemandem oder auf jemandens Namen. Bedeutet Bedeutet Jemand ist irgendwo als der Besitzer etc. registriert. Zum Beispiel Der Mietvertrag läuft auf meinen Vater. Das Auto läuft auf meine Frau. Laufen bedeutet auch sich in bestimmte Richtung erstrecken oder in eine bestimmte Richtung verlaufen. Zum Beispiel Der Wanderweg läuft direkt an der Straße entlang. Die Straße läuft immer geradeaus. Zwölftens Jemandem läuft die Nase. Bedeutet Die Nase tropft. Ein Beispielsatz Er ist erkältet und ihm läuft die Nase. Sich etwas laufen bedeutet So lange laufen, bis etwas einen bestimmten Zustand erreicht hat. Zum Beispiel Er hat sich eine Blase gelaufen. Oder Er hat sich die Löcher in die Socken gelaufen. Eine Redewendung mit laufen ist Etwas läuft wie geschmiert. Das bedeutet Ein Plan oder ein Geschäft entwickelt sich sehr gut. Zum Beispiel Unser Hausbau läuft wie geschmiert. Der Hausbau läuft also gut und es gibt überhaupt keine Probleme beim Bau. Eine Nomenverbverbindung mit laufen ist Gefahr laufen. Gefahr laufen bedeutet Etwas Negatives könnte passieren. Zum Beispiel Wenn er so weitermacht, läuft er Gefahr, seinen Job zu verlieren. Eine weitere Nomenverbverbindung mit laufen ist Amok laufen Amok laufen bedeutet In krankhafter geistiger Verwirrung Mit einer Waffe blindwütig töten Ein Beispiel Gestern ist jemand in Neustadt Amok gelaufen Und hat vier Menschen getötet Ihr Lehrer Zubrauchen Mit einer Waffe blindwütig töten 智x- Fürche geracht